Münzen unterscheiden Nehmen Sie die Münze zwischen Daumen und Zeigefinger und fühlen Sie mit dem Nagel von Daumen oder Zeigefinger der anderen Hand über den Rand. Jede Münze hat individuelle Merkmale, an denen sie sich ertasten lässt. Der Rand einer 2-Euro-Münze ist durchgehend fein geriffelt. Die Riffelung einer 1-Euro-Münze wird von glatten Stellen unterbrochen. Ein 50-Cent-Stück ist grob geriffelt. Auch ein 10-Cent-Stück ist mit einer groben Riffelung versehen, jedoch ist es deutlich kleiner und dünner als ein 50-Cent-Stück. Eine 20-Cent-Münze ist mit sieben Kerben am Rand gekennzeichnet, deshalb wird sie auch spanische Blume genannt. 5-Cent- und 1-Cent-Stücke haben keine Markierung am Rand, sie lassen sich aber durch ihre Größe unterscheiden. Ein 2-Cent-Stück hat eine umlaufende Rille im Rand, die sich mit dem Fingernagel erspüren lässt. Mit etwas Übung lassen sich Münzen auch mit einer Hand ertasten. Ein 2-Cent-Stück ist ein sehr 불� trois. Und es ist ein 30-Cent-Stück. Vielen Dank.